Das gleiche Prozedere wie bei allen anderen. Wir zeigen. Wieso mit dem Wunder? Aber weil die auch in fünf Jahren nie jeweils kapitulieren wird! Halt! Bleib stehen! Ich sehe doch, dass das Zünder sind. Und diese Zange? Wenn das Zünder sind vorgeworfen wird, werden sie sich wohl oder übel an ihn einstellen gewöhnen müssen. Rekke sage ich dazu! Das geeinte Proletariat! Das war's für heute! Vielen Dank.